Kamera läuft, Ton läuft. Klappe! Wir waren in New York, wir waren in Dubai. Jetzt sind wir in dem schönen Los Angeles. Nusha bringt uns nachher. We love Nusha! Ja, es ist mega hier zu sein. Also ich finde es auch der absolute Hammer. Die drei Tage, die wir jetzt hatten, ist mehr passiert als in meinen ganzen 30 Jahren, die ich bis jetzt irgendwie hatte. Ich finde in L.A., weil es mit Nusha immer am schönsten ist. Also Nusha-Momente hat man hier wirklich eigentlich die ganze Zeit. Jeder Trip, jeder Moment mit Nusha ist für mich besonders. Wir lieben alles hier. Nusha! Ja, um Spaß zu haben, um Pfands zu haben. Neue Leute kennenlernen. Es bilden sich dann doch sehr tolle Freundschaften. Wir kennen uns seit... zwei Jahren! Ja! Und sind schon Best Friends geworden! Jeder Moment ist somit besonders. Das, was man hier erlebt, ist einfach einzigartig. Und deswegen können wir ganz klar sagen, Nusha ist unsere absolute Love-Friend! Hallo! Schönen guten Tag bei Nusha TV. Mein Name ist Seren Thuner. Ich bin hier mit meiner lieben Kollegin Cindy Beck. Und wir stehen hier am Helikopterlandplatz, weil es geht... Um die Höhe? Ja! Genau! Ich war noch nie, ich habe noch nie sowas gemacht und dann noch eine so eine riesige Stadt zu sehen. Nusha Moments gibt es ganz viele, glaube ich. Definitiv war einer davon heute im Helikopter über Los Angeles zu fliegen. Tatsächlich der Heliflug. Helikopterflug eindeutig, würde ich sagen. Die Helikopterrundfahrt war ein Traum. Über die Hollywood Hills, vorbei am Hollywood-Zeichen. Boah, ich weiß nicht. Ich habe ja Höhenangst, ne? Ich habe mich da total sicher gefühlt. Ich bin normalerweise jemand, der echt viel Angst hat, was Fliegen angeht. Aber dann einmal da oben zu sein und einfach mal alles von oben zu sehen, das ist einfach so krass einfach. Keine Ahnung. Wer? Nein! Achso. Ja, wie? Okay. Also der Heliflug, das war… Den macht man nur einmal im Leben. Unnusha hat es ermöglicht. Also es war wahnsinnig. Das hat mich so geflasht. Hat eine richtig Fun heute. L.A. sieht ja von unten auch immer so beeindruckend, so groß und einfach mega aus. Und von oben ist das alles so klein. Ich finde es mega toll, dass wir zur Familie Nusha dazugehören dürfen. Was immer Nusha Moments sind, dass man einfach gemeinsam hier ist. Und dass man mega viele tolle Leute kennenlernt und man verblinkt Zeit zusammen. Das, was man hier mitbekommt, ist Familie pur. Das ist Versorgung von A bis Z. Das ist, wir machen euch alles möglich. Egal wann, egal wo, egal wie. Und da auch… Da gibt es nicht einen Moment, da gibt es einfach 100 Momente. Und das sind zu viele, um über einen schönen Moment nachzudenken. Danke dafür auch nochmal. Das war sehr schön. Wie immer. Ja, toll war's. Mega geil. Ja. 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 Wunderbar. Ja. 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 Ja.